Television Zwickau und Bofrost verlosen 5-Boller-Wagen randvoll mit leckeren Bofrost-Grillprodukten. Gewinnen Sie ein Grillfest für 10 Personen. Und hier ist unser Grillexperte. Hallo, ich bin Lars Triebel von Bofrost und ich mache Sie fit für die Grill-Saison. Heute habe ich folgenden Tipp für Sie. Halten Sie Abstand zwischen Glut und Fleisch. Gerade größere Fleischstücke sollten nicht so nah an das Feuer gerückt werden. Denn von außen verbrennt das Grillgut und innen ist es noch nicht gar. Damit Sie den geeigneten Abstand zwischen Grillrost und Glut herausfinden können, können Sie folgendes ausprobieren. Kann man seine Hand in ca. 15 cm Höhe für 2 Sekunden über den Grillrost halten, ohne dass es zu heiß wird, ist der Abstand richtig. Ansonsten den Rost einfach eine Stufe höher hängen. Und was sind Ihre besten Tipps und Rezepte? Rufen Sie uns an und gewinnen Sie einen von 5 Boller-Wagen randvoll mit leckeren Bofrost-Grillprodukten für Ihre Grillparty am 1. Mai. 01378 984 984 Viel Glück wünschen Television Zwickau und Bofrost.